Servus, ich bin Ivor, ich komme aus der Ukraine und jetzt studiere die Humanmedizin hier an der Uni Heidelberg. Noch vor ein paar Jahren habe ich meine erste Forschung geschrieben und so haben wir einmal die ukrainische Olympiade und dann noch zweimal die internationalen Olympiaden in Malaysia und in Tunisia gewonnen. Und jetzt arbeite ich schon in einer Forschungsgruppe, wo ich mit den Zellkulturen am meisten arbeite und unsere Aufgabe hier ist, die neuen Wege zu finden, wie wir die Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermeiden können. Und so wie du schon sehen könntest, sind für mich sehr wichtig die praktischen Wissen in der praktischen Forschung. Aber auch sehr wichtig die Theorie ist, weil wir damit jeden einzelnen Tag die Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen treffen können, um dann schon in der praktischen Forschung unsere Ziele möglichst schnell zu erreichen. Und so werden wir auch mit dir in unserem Unterricht meine praktischen Erfahrungen so benutzen, damit du die theoretischen Wissen möglichst schnell und effektiv dir einprägen könntest. Deswegen lade ich dich zu unserem Probeunterricht. Dort werden wir auch deine Ziele besprechen, auch einen gemeinsamen Plan aufbauen, wie und wann wir deine Ziele erreichen werden. Und ja, auf jeden Fall, ich liebe diese Ziele, diese Big Hairy Audacious Goals, mit denen wir arbeiten können und dann in der Zukunft in ein paar Monaten sehr glücklich werden, weil wir diese Ziele erreicht haben. Deswegen sehen wir uns und bis dann!